Ja, sag mal, wie lange steilest du mir eigentlich schon die Haare? Ja, so fünf Minuten etwa, ne? Ach, ich meine, wie viele Jahre? Ach so, ja, ja, 15 Jahre sind das, ne? Seit wir beide eben befreundet sind. Deshalb mache ich mit dir ja auch eine Ausnahme. Normalerweise bin ich ja nur da. Ja, ja. Ja, wie machst du es eigentlich, dass du immer so voll bist? Ich tricke nie im Dienst. Ach so, dass dein Salon so voll ist. Ach so, ja.